Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, vor einer Woche haben wir an dieser Stelle zwei Katzengeschwister vorgestellt, die gemeinsam ein neues Zuhause suchen. Leider hat sich bisher niemand für sie interessiert. Die beiden warten so sehr auf die Freiheit. Das Tierheim möchte nochmals an sie erinnern. Damit es der Katze Mandy nicht ergeht wie dem Geschwisterpaar, wollen wir sie heute gleich vorstellen, denn ihr droht der Umzug ins Tierheim. Ihre Besitzer wechseln den Wohnsitz und können Mandy leider nicht mitnehmen. Die Zeit drängt, um für Mandy ein neues Zuhause zu finden. Für Katzenfreunde, die das turbulente Entdeckerleben einer jungen Katze nicht möchten, ist Mandy genau die richtige. Außerdem stellen wir heute eine dreifarbige Katze vor, die in Gothas Oststraße gefunden wurde. In der dortigen Gartenanlage am Nettomarkt hielt sich die Mieze mehrere Tage auf und wurde von Gartenbesitzern beobachtet. Weil sie nicht wieder weg ging, wurde sie zum Tierschutz gebracht. Die Mieze hatte eine Augenverletzung und wurde in der Archänoa behandelt. Sie wird auf ungefähr acht Jahre geschätzt und ist kastriert. Vielleicht hat sie Glück und wird gleich erkannt und abgeholt. Sollten sich für sie keine Besitzer melden, sucht auch sie ein neues Revier mit Freigang.